einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen video im heutigen video habe ich euch ein kleines bisschen beim aufräumen und haushalt mitgenommen und habe mal wieder einfach nur die kamera mit laufen lassen und alles im schnelldurchlauf für euch mit gefilmt ihr seid also praktisch direkt dabei bei allem was ich gemacht habe ich mag diese art von videos wirklich sehr sehr gerne und schaue mir die selber auch super gerne an deswegen wollte ich ab und zu mal ein bisschen abwechslung reinbringen und euch einfach mal im schnelldurchlauf mitnehmen dann könnt ihr euch ganz gemütlich auf die couch setzen oder ins bett legen und einfach nur der musik zu hören und ein bisschen beim aufräumen zuschauen und vielleicht ist es ja auch eine kleine motivation für euch das würde mich natürlich freuen und dann würde ich sagen wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel spaß bei diesem video bis jetzt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 An dieser Stelle möchte ich mich dann auch von euch und aus diesem Video verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich aus diesem Video auch schon. Und dann sehen wir uns ganz, ganz schnell beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Tschüss!